Sie sind jetzt da zum Kochen angefangen. Sie haben auch zum Kochen angefangen, oder? Nicht? Da gibt es ja auch so Kasper da. Der Günther hat mich da völlig verzweifelt, ruf mich der Günther an und sagt, er hat zum Kochen angefangen, er will jetzt kochen für sechs Leute, hat er eingeladen, für sechs Personen. Aber dann hat er es im Kochbuch geschaut und die Rezepte sind nur für zwei Personen. Habe ich gesagt, du Blädel, dann kauf halt nur zwei Bücher dazu, dann passt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Die blöd sind die Leute.